In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man Bruchgleichung lösen kann. Und eine kleine Warnung schon im Voraus, ist das Video ist nicht für alle Schularten geeignet, sondern hauptsächlich für Abiturienten konzipiert. Der Grund dafür ist ganz einfach, bei den Beispielaufgaben treten teilweise Lösungsansätze auf, die man nur in der Oberstufe lernt. Beim Lösen von Bruchgleichung kann man grundsätzlich auf verschiedene Art und Weise vorgehen. Damit wir hier nicht durcheinander kommen, werden wir uns an einem ganz gewissen Lösungsschema halten. Und dieses Lösungsschema werde ich euch jetzt kurz erläutern. Schritt 1 wäre immer, die Definitionsmenge für die Gleichung festzulegen. Damit ist natürlich gemeint, in welchem Bereich die Lösungen existieren können. Zweitens, einen Hauptnenner finden und die Gleichung mit diesem Hauptnenner multiplizieren. Dadurch erzielen wir, dass alle Brüche in dieser Gleichung verschwinden. Drittens, die entstehende bruchtermfreie Gleichung lösen. Und viertens, überprüfen, welche dieser Lösungen zur Definitionsmenge gehören. Und auch wenn sich das am Anfang ein bisschen anstrengend anhört, keine Sorge, spätestens nach der zweiten Beispielaufgabe habt ihr dieses Schema automatisch drauf. Bevor wir mit den Beispielaufgaben anfangen, einen kurzen Hinweis oder Erklärung zu dem Aufbau dieses Videos. Ihr findet für alle drei üblichen Anforderungsbereiche jeweils zwei Beispielaufgaben. Und grundsätzlich könnt ihr schon von vornherein auf Pause drücken und versuchen sie selbst zu lösen und dann mit meinen Ergebnissen vergleichen, also das auch als Übungsaufgaben nutzen. Und für diejenigen, die am Anfang vielleicht gelangweilt werden, unten auf der Zeitleiste bei diesem Video könnt ihr gezielt zu den jeweiligen Anforderungsbereichen springen. Wie ihr bereits bemerkt habt, steht hier unsere erste Beispielaufgabe und die gehört natürlich in die Kategorie einfach. Damit wir roten Faden hier bei der Lösung dieser Aufgabe nicht verlieren, blende ich auf der rechten Seite als Hilfestellung nochmal die Schritte, die wir vorher besprochen haben. Und so, wie ihr kennen könnt, fangen wir an mit der Definitionsmenge. Also, was bedeutet diese Definitionsmenge zu bestimmen? Na ja, wir haben auf der linken Seite eine Bruchgleichung. Und wie der Name schon sagt, Bruchgleichungen besitzen Nenner. Das Problem ist, im Nenner kommt auch sehr häufig die Unbekannte vor. Also, damit meine ich dieses x. Und für ganz bestimmte Werte von x kann der Nenner dann gegebenenfalls auch 0 sein. Und das ist ein Problem, weil wir wissen, im Mathe dürfen wir nicht durch 0 teilen. Hier bei dieser Gleichung sehr einfach nachzuvollziehen. Wenn wir für x2 einsetzen würden, dann hätten wir unter dem Nenner 2 minus 2. Und das würde 0 ergeben. Also, dann würde unsere Gleichung gar nicht existieren. Und das bedeutet, diesen Wert, diesen besonderen Wert 2, müssen wir aus unserer Definitionsmenge ausschließen. Und man schreibt das Ganze so hin. Also, d steht für Definitionsmenge, ist gleich r. r ist die Menge der reellen Zahlen, also alle Zahlen von Minus bis Plus und Endlich, außer unser verbotener Wert. Und das ist eine 2. Oder übersetzt heißt das, wenn 2 als Lösung am Ende bei unserer Gleichung auftreten würde, dann müssen wir sie aus der Lösungsmenge ausschließen. Das werden wir dann auch gleich sehen, ob das der Fall ist oder nicht. Beim zweiten Punkt müssen wir einen Hauptnenner finden. Das ist hier besonders einfach, weil wir haben ja nur einen Nenner. Das bedeutet, das hier ist schon der Hauptnenner. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, am Anfang haben wir gesagt, dann wird auch die Gleichung mit diesem Hauptnenner durchmultipliziert. Und das machen wir hier an dieser Stelle. Also, wir multiplizieren die ganze Gleichung mit dem Hauptnenner, also mit x-2. Selbstverständlich wird in dieser Gleichung jeder Term mal x-2 genommen. Ich werde es jetzt, weil es die erste Beispielaufgabe ist, ein bisschen ausführlicher schreiben. Das heißt, unser Bruch hier 4 durch x-2 wird mal x-2 genommen oder mit x-2 durchmultipliziert. Dann haben wir als nächstes x mal x-2. Damit hätten wir die linke Seite erledigt. Und auf der rechten Seite haben wir dann 1 mal x-2. Klar, da kann man auch nur x-2 schreiben. Der Vorteil ist, wenn man mit dem Hauptnenner durchmultipliziert, kann man sozusagen alle anderen Nenner wegkürzen. Und das ist auch hier der Fall. x-2 und x-2 kürzlich weg. Und dann bleibt beim ersten Term nur noch die 4 übrig. Beim zweiten Term könnten wir gleich schon diese Klammer auflösen oder hieraus multiplizieren. Dann haben wir entsprechend minus x². Und minus x mal minus 2 sind plus 2x. Und auf der rechten Seite, ja, wegen der 1 vorne hat die Klammer da eh keinen Sinn. Dann können wir einfach nur x-2 schreiben. Jetzt, wie üblich, schiebt man das alles auf eine Seite. Also wir haben eine Gleichung jetzt, die keine Brüche mehr enthält. Wir sind beim Schritt Nummer 3 und wollen diese Gleichung einfach lösen. Das heißt, wir schieben alles rüber. Also das minus x wird rüber geschoben. Das x mit minus x und die minus 2 mit plus 2. Entsprechend, wenn wir die Terme jetzt nach der höchsten Potenz ordnen, dann haben wir minus x². Dann kommt 2x minus x. Das sind dann einfach nur ein x oder x. Und die Zahlen 4 plus 2 sind natürlich 6. Was jetzt hier noch übrig geblieben ist, ist eine quadratische Gleichung. Und die löst man entweder mit quadratischer Ergänzung, PQ-Formel oder Mittenass-Formel, also ABC-Formel. Was auch immer euch liegt oder besser gefällt. Ich werde jetzt die ABC-Formel nehmen und ich blende sie zur Erinnerung auf der rechten Seite unten nochmal kurz ein. Davor werde ich aber das Ganze mal minus 1 nehmen, damit die Rechnung ein bisschen einfacher ist, meiner Meinung nach. Also alle Vorzeichen drehen sich um. x² minus x minus 6 ist gleich 0. Übrigens, dieser Schritt ist wirklich nicht unbedingt notwendig. Ihr könnt auch gleich die Formel anwenden. Das ist nur Geschmackssache. Und dann werde ich die rechte Formel anwenden. Also b ist bei mir die minus 1, die vor dem x steht. Minus minus ergibt plus 1. Plus minus Wurzel aus b². Dann haben wir 1 ins Quadrat. Minus 4 mal 1. Also a ist 1, die Zahl, die hier vor dem x² steht. Und mal minus 6. Gut, das Ganze dann durch 2 mal a. Also 2 mal 1. Für gewöhnlich fängt man an, indem man diesen Term unter der Wurzel ausrechnet, also die Diskriminante. Und dann haben wir einfach 1 plus 24 sind 25. Wurzel aus 25 sind natürlich 5. Und das Ganze durch 2. Somit kriegen wir zwei Lösungen raus. Ich schreibe sie hier an der Seite. x1 wäre dann entsprechend 1 plus 5 sind 6 durch 2 sind 3. Und x2 wäre dann 1 minus 5. Minus 4 durch 2 sind natürlich minus 2. Jetzt unser letzter Schritt. Lösungenüberprüfung. Also wir machen den Check. Keine dieser Lösungen, die hier stehen, beißt sich mit unserer Definitionslücke oben. Und deshalb wäre dann unsere offizielle Lösungsmenge, wenn wir sie hinschreiben, minus 2 und 3. Und hier ist die zweite Beispielaufgabe. Auch hier haben wir meiner Meinung nach eine einfache Aufgabe oder eine einfache Gleichung. Und wie ihr erkennen könnt, steht hier im Nenner unter dem Bruchstrich e hoch minus x. Deshalb werde ich sofort behaupten, dass die Definitionsmenge r ist und dass es keine Einschränkungen gibt. Der Grund dafür, zur Erinnerung, ist ganz einfach. Eine e-Funktion, egal was oben in Exponenten oder in der Hochzahl steht, kann niemals 0 oder negativ werden. Wenn ihr mir nicht glaubt, erinnert euch an das Schaubild der e hoch minus x-Funktion. Das habe ich hier rechts nochmal eingeblendet. Ihr könnt sehen, das Schaubild liegt nur über der x-Achse. Übrigens auch, wenn es auf der rechten Seite so aussieht, als würde es die x-Achse berühren, das tut es nicht. Das nähert sich nur gegen die x-Achse und wird sie nie berühren oder schneiden. Also aus diesem Grund gibt es keine Einschränkung für uns. Deshalb können wir uns sofort um unsere Gleichung kümmern. Das heißt, mit dem Hauptnenner, das ist wieder der einzige Nenner, den wir haben, durchmultiplizieren das Ganze. Also mal e hoch minus x. Ich schreibe es wieder ausführlich hin. Entsprechend haben wir dann einmal e hoch 2x plus 1 mal e hoch minus x. Minus 1 durch e hoch minus x mal e hoch minus x. Und auf der rechten Seite die gute Nachricht 0 mal irgendwas ist 0. Dann heißt, diese Terme zu vereinfachen. Okay, bei unserem Bruch verschwindet sowieso der Nenner. Also das kürze ich alles weg. Da bleibt nur die minus 1 übrig. Aber vorne müsst ihr ein Potenzgesetz anwenden, um diese zwei Terme hier zusammenzufassen. Zur Erinnerung, bei gleicher Basis werden die Hochzahlen einfach addiert. Das heißt, wir haben 2x plus 1 und dann minus x. 2x minus x ergibt einfach nur x plus 1. Dann kommt hier noch die minus 1 und entsprechend gleich 0. Diese Gleichung formen wir so um, dass diese e-Funktion alleine auf der linken Seite stehen bleibt. Entsprechend haben wir dann e hoch x plus 1 ist gleich 1. Dann tun wir natürlich das Ganze logarithmieren und dann steht da nur noch x plus 1 ist gleich ln von 1. Zur Erinnerung, ln1 war ein besonderer Wert des Logarithmus und zwar 0. Entsprechend haben wir dann x plus 1 ist gleich 0. Somit ist x gleich minus 1. Also, wir haben eh keine Einschränkungen in unserer Definitionsmenge. Das bedeutet, das ist hier unsere Lösungsmenge, besteht nur aus dem Element minus 1. Unsere dritte Beispielaufgabe. Hier bewegen wir uns ungefähr in den Bereich mittelschwer. Und wenn ihr die Bruchgleichung auf der linken Seite betrachtet, dann merkt ihr, okay, diesmal gibt es mehr Nenner. Gut, damit gibt es eventuell auch mehr Definitionslücke zu finden. Also, wenn wir unser erster Bruch anschauen, dann haben wir unter Nenner nur ein x. Das einzige verbotene Wert, was hier auftauchen kann, ist natürlich 0. 1 durch 0 wäre nicht definiert. Also, einmal haben wir 0 als verbotener Wert. Und bei unserem zweiten Bruch haben wir x plus 1. Ich glaube, hier kann man sich auch leicht vorstellen, minus 1 wäre unser verbotener Wert. Das heißt, die Definitionsmenge, die lege ich jetzt wieder hier auf der rechten Seite fest, wären alle Zahlen, also r, außer diese zwei Werte, die wir gerade herausbekommen haben, also minus 1 und 0. Gut, dann brauchen wir einen Hauptnenner, mit dem wir durchmultiplizieren wollen. Gut, normalerweise spekuliert man, ob die Nenner was gemeinsam haben, sodass man die Brüche erweitern kann oder ähnliches. Allerdings ist hier nicht der Fall. Also, x unten beim ersten Bruch hat nichts zu tun mit x plus 1. In solchen Fällen bildet man den Hauptnenner, indem man einfach die Nenner miteinander multipliziert. Das heißt, unser Hauptnenner wäre dann einfach x mal, Klammer auf, x plus 1. Wieso das funktioniert, werdet ihr gleich sehen, wenn wir alle Terme hier in dieser Gleichung mit diesem Hauptnenner durchmultiplizieren. Also, wir haben dann entsprechend 1 durch x mal x mal x plus 1 plus unser nächster Bruch x durch x plus 1 und dann wieder mal x mal x plus 1. Und auf der rechten Seite haben wir dann wieder nur 1 mal diesen Hauptnenner, also kann ich auch gleich den Hauptnenner so schreiben, wie er da steht. Okay, jetzt fängt das große Kürzung wieder an. Also, hier vorne kürzen sich nur die x weg, also das bedeutet, dass hier und das hier verschwindet. Und da bleibt nur dieses x plus 1 stehen. Wegen der 1 vorne brauchen wir jetzt auch keine Klammer mehr, dann kann ich gleich x plus 1 schreiben. Beim nächsten Term kürze ich das x plus 1 weg. Und das, was üblich ist, können wir hier zusammenfassen. x mal x ergibt x², also plus x hoch 2. Und auf der rechten Seite können wir auch in diesem Schritt gleich die Klammer auflösen. Das bedeutet, x mal x ergibt x² und x mal 1 ergibt natürlich x. Und jetzt, wie üblich, sind wir bei Schritt 3 und wollen diese Gleichung lösen. Das bedeutet, wir schieben alle Terme zum Beispiel auf der linken Seite. Also, das heißt, minus x² und minus x. Und dann gibt es eigentlich nur gute Nachrichten. x² minus x² weg. x minus x weg. Das bedeutet, auf der linken Seite bleibt nur eine 1 übrig und auf der rechten Seite eine 0. Wenn kein x mehr vorhanden ist und am Ende eine falsche Aussage steht, 1 gleich 0 ist ein mathematischer Widerspruch, also eine falsche Aussage, 1 ist ja nicht 0, dann bedeutet das für unsere Gleichung, dass sie gar keine Lösung besitzt. Also, die Lösungsmenge wäre die leere Menge. Das kann man zum Beispiel so angeben. Unsere Aufgabe 4 ist, um ehrlich zu sein, eine ältere Abituraufgabe. Und unter anderem müsste man bei dieser Aufgabe auch diese Gleichung lösen. Allerdings war von vornherein schon gesagt in dieser Aufgabenstellung, dass x verschieden von 0 ist. Also, damit ist natürlich auch die Definitionsmenge festgelegt. Und ich denke mir, das ist auch gut nachvollziehbar hier anhand der Nenner. Also, für keine dieser xer darf man hier im Nenner 0 einsetzen. Gut, dann braucht man natürlich, wie in Schritt 2 beschrieben, einen Hauptnenner. Das ist natürlich ein Nenner, wo alle anderen Nenner auch reinpassen. Und da eignet sich ganz gut die x auf 4. Wieso? Ganz einfach, x auf 2 passt auch in x auf 4 rein. Andersrum geht es natürlich nicht. Deshalb wäre unser Hauptnenner in diesem Fall x auf 4. Und wir multiplizieren die ganze Gleichung jetzt mit x auf 4 durch. Also, wir haben dann 2 durch x auf 4 mal x auf 4. Minus 1 durch x auf 2 mal x auf 4. Und auf der rechten Seite haben wir dann einfach nur x auf 4. Jetzt wieder kürzen. Beim ersten Term kürzen sich die x auf wieder komplett weg. Dann bleibt ja nur eine 2 übrig. Bei zweiten Termen muss man ein bisschen besser aufpassen. Also, x auf 2 unter dem Nenner ist natürlich weg. Allerdings bleibt hier oben ein x auf 2 stehen. Oder ein x auf 2 stehen. Und dann haben wir minus 1 mal x auf 2 oder minus x auf 2. Und auf der rechten Seite natürlich noch das x auf 4. Jetzt bringen wir wieder alles auf eine Seite. Ich werde jetzt die linken Terme auf der rechten Seite bringen. Wie gesagt, es ist egal, in welcher Reihenfolge ihr das tut. Also, entsprechend plus x auf 2 und minus 2. Und damit die Gleichung umdrehen. Dann habe ich x auf 4 plus x auf 2 minus 2 ist gleich 0. So, und jetzt stellt sich die Frage, wie man diese Gleichung lösen kann. Na ja, direkt die ABC-Formel oder irgendeine Formel anwenden geht es nicht, wegen den hohen Exponenten. Ausklammern kann man auch nicht. Also bleibt grundsätzlich nur ein Verfahren übrig. Und zwar Substitution. Also, wir substituieren oder ersetzen die Mittelpotenz, das ist das x auf 2, mit einer Buchstabe eurer Wahl normalerweise. Ich entscheide mich jetzt für u. Und damit kriegen wir eine quadratische Gleichung raus. Also, aus x auf 4 wird u hoch 2. Aus x auf 2 wird entsprechend u. Und dann minus 2 ist gleich 0. Und diese quadratische Gleichung können wir wieder mit quadratischer Ergänzung, PQ-Formel oder ABC-Formel lösen. Ich nehme wieder die ABC-Formel, weil ich meistens dran gewöhnt bin. Also, entsprechend habe ich dann minus 1 plus minus Wurzel aus 1 ins Quadrat, minus 4 mal 1 mal minus 2. Und das Ganze durch 2 mal 1. So, und dann ziehen wir hier einen Strich. Und dann geht es weiter. Wir fassen erstmal diesen Term unter der Wurzel zusammen. Dann haben wir 1 plus 8 sind 9, Wurzel aus 9 sind 3. Somit u1, 2 gleich minus 1 plus minus 3 und das Ganze geteilt durch 2. Und damit haben wir 2 u-Werte. Einmal minus 1 plus 3 sind natürlich 2 geteilt durch 2 ist 1. Und u2 wäre dann minus 1 minus 3. Minus 4 durch 2 sind minus 2. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir müssen natürlich noch resubstituieren, weil wir ursprünglich die x-Werte und nicht die u-Werte suchen. Und bei der Substitution müsst ihr einfach auf eure Substitution hier schauen. Also, hier steht x² ist gleich u. Und wir haben jetzt entsprechend Werte für u rausbekommen. Das bedeutet, wir nehmen diese Werte und setzen sie schön der Reihe nach in diesen Substitutionseinsatz. Und damit können wir nach x umformen. Unser erster u-Wert ist 1. Wenn wir das in unserer Substitution einsetzen, dann heißt die Gleichung x² ist gleich 1. Dann können wir die Wurzel ziehen. Somit haben wir wieder zwei Lösungen. 1 und minus 1. Und unser zweiter Ansatz lautet dann entsprechend x² ist gleich minus 2. Na ja, da gibt es ein Problem. Da können wir nicht die Wurzel ziehen. Deshalb bringt dieser Ansatz keine Lösung mit sich. Kurz gesagt, unsere Lösungsmenge besteht dann nur noch aus minus 1 und 1. Und da gibt es eigentlich bei der Überprüfung auch keine Probleme mit unserer Definitionsmenge. Die nächste Aufgabe ist auch so ähnlich wie eine alte Abituraufgabe. Und die kann ich höchstens als schwerer bezeichnen. Also nicht als schwer, weil nach oben in Sachen Schwierigkeitsgrad gibt es keine Grenzen. Und auch hier haben wir eine Bruchgleichung mit einer e-Funktion im Nenner. Zur Erinnerung, das Schaubild der e-Funktion sieht so aus. Also liegt ausschließlich nur im positiven Bereich. Deshalb kann es nie 0 werden. Also mit dem Definitionsbereich haben wir keine Probleme. d ist wieder r. Das bedeutet, alle Lösungen, wenn welche existieren, sind erlaubt. Auch hier tun wir mit dem Hauptnenner durchmultiplizieren. Das ist natürlich dieses e hoch x. Entsprechend haben wir dann e hoch 2x. Also e hoch x mal e hoch x ergibt e hoch 2x. Dann bei den zweiten Termen kürze ich das e hoch x weg. Und dann bleibt der nur minus 8. Und auf der rechten Seite haben wir dann 2e hoch x. Jetzt bringen wir dieses 2e hoch x selbstverständlich rüber. Also minus 2e hoch x. Und ordnen die Terme nach der höchsten Potenzen. Also zuerst e hoch 2x. Dann minus 2e hoch x. Und minus 8 ist gleich 0. Und auch hier kommt Ausklammern nicht in Frage, weil zum Beispiel die 8 hinten das e hoch x nicht hat. Deshalb bleibt uns nur Substitution übrig. Also von der Aufgabe davor kennt ihr grundsätzlich schon die Ansätze. Oder habt ihr euch daran erinnert? Das heißt, hier substituieren wir wieder den mittleren Term, das e hoch x mit u. Und dadurch kriegen wir erneut eine quadratische Gleichung raus. Also u² minus 2u minus 8 ist gleich 0. Und das können wir jetzt mit was auch immer wir wollen lösen. Ausnahmsweise werde ich mal was anderes außer die ABC-Formel nehmen. Und zwar, ich probiere mal hier an dieser Stelle quadratische Ergänzung. Also, das heißt, die ersten zwei Terme werden unverändert übernommen. Dann brauchen wir den dritten Term, das wir für die binomische Formel benötigen. Das kriegen wir raus, indem wir einfach diesen Term hier durch 2 teilen. 2 geteilt durch 2 sind 1. Also es kommt plus 1 ins Quadrat. Und dann ziehen wir gleich diesen Term ab. Mit minus 1 ins Quadrat. Und dann kommen noch die minus 8. Und das Ganze ergibt 0. Aus diesen Termen hier bilden wir die binomische Formel. Also das wäre ja in diesem Fall die zweite. Das heißt, u minus 1 ins Quadrat. Dann haben wir hier minus 1 hoch 2. Das bleibt ja minus 1. Minus 8 ergibt minus 9. Und das Ganze ist 0. Das heißt, wenn wir jetzt die minus 9 mit plus 9 auf der anderen Seite bringen, dann haben wir entsprechend u minus 1 ins Quadrat. ist gleich 9. Und dann ziehen wir natürlich die Wurzel. Nur aufpassen. Wenn ich hier an dieser Stelle die Wurzel ziehe, habt ihr natürlich zwei Lösungen. Also Wurzel aus 9 ist entweder 3 oder minus 3. Entsprechend entstehen dann an dieser Stelle zwei Gleichungen. Einmal u minus 1 ist gleich 3. Und einmal u minus 1 ist gleich minus 3. Jede dieser Gleichungen formen wir nach u um. Auf der linken Seite haben wir u1 ist gleich 4. Und auf der rechten Seite haben wir u2 ist dann minus 3. Plus 1 sind minus 2. Und jetzt sind wir bei der Rechtssubstitution. Dann nehmen wir diese u-Werte und setzen sie hier für u ein in unseren Substitutionseinsatz. Das bedeutet, die erste Möglichkeit wäre, dass e hoch x gleich 4 ist. Und das ist natürlich lösbar. Wir logarithmieren. Dann haben wir x ist gleich ln von 4. Diese Lösung könnt ihr auch so stehen lassen. Also müsst ihr nicht unbedingt mit dem Taschenrechner ausrechnen. Und die zweite Möglichkeit wäre, dass e hoch x gleich minus 2 ist. Naja, das geht ja nicht. Die Begründung seht ihr schon oben. Hier, wo das Schaubild der e-Funktion ist. Die e-Funktion liegt nur im positiven Bereich. Das bedeutet, den Wert minus 2 kann sie gar nicht annehmen. Deshalb ist das hier unsere einzige Lösung. Und unsere letzte Teilaufgabe. Ja, diese Aufgabe ist eigentlich kürzer und einfacher, als sie beim ersten Blick aussieht. Okay, kümmern wir uns erstmal wieder um die Definitionsmenge. Wenn wir das erste Bruch anschauen, dann finden wir ganz schnell minus 4 als verdächtige Zahl. Beim zweiten wäre dann 4 das Problem. Und bei unserem dritten Bruch sind 4 und minus 4 das Problem. Weil für x könnt ihr minus 4 und 4 einsetzen. Dann habt ihr entsprechend 16 minus 16 und es ergibt 0. Also, die Definitionsmenge wäre dann offiziell hingeschrieben. d ist gleich r. Also alle Zahlen außer minus 4 und 4. Gut, jetzt brauchen wir einen Hauptnenner. Na ja, diejenigen von euch, die vielleicht in letzter Zeit ein paar binomische Formeln gesehen haben, kommen ganz schnell auf die Idee, dass das hier hinten eigentlich eine binomische Formel ist. Zur Erklärung. Also, dieser x² minus 16 kann man eigentlich auch so schreiben als x² minus 4². Und das wäre dann entsprechend das gleiche wie die dritte binomische Formel a² minus b². Also, das können wir dann zerlegen in x minus 4 mal x plus 4. Also, das wäre dann einfach eine andere Form für diesen Nenner hier für x² minus 16. Na ja, und ihr seht, in dieser Form findet ihr beide anderen Nenner. Also, das x plus 4 und das x minus 4. Das bedeutet, das ist unser Hauptnenner, der Nenner, wo alle anderen Nenner reinpassen. Und genau mit diesem Hauptnenner tun wir auch durchmultiplizieren. Also, ich werde hier schreiben mal x plus 4 und mal x minus 4. Und entsprechend jeden einzelnen Term hier damit multiplizieren. Also, wir haben dann 3 durch x plus 4 mal und dann x plus 4 mal x minus 4. Minus 2 durch x minus 4 mal wieder x plus 4 mal x minus 4. Und auf der rechten Seite 5x minus 20 durch x² minus 16 und mal wieder diese zwei Klammern. Das können wir vereinfacht schreiben auch als x² minus 16. Ist ja das gleiche. Jetzt kürzen wir. x plus 4 und x plus 4 kürze ich hier weg. Also, entsprechend bleibt nur noch 3 mal diese Klammer mit x minus 4. Dann bei dem nächsten Term x minus 4 und x minus 4 kürze ich weg. Deshalb bleibt hier übrigens nur noch minus 2 mal x plus 4. Und auf der rechten Seite kürzen sich oder kürzen sich der Nenner und dieser Term komplett weg. Also, bleibt nur 5x minus 20. Gut. Im nächsten Schritt lohnt es sich auf jeden Fall diese Klammern hier aufzulösen oder auszumultiplizieren. Entsprechend haben wir dann 3x minus 12 minus 2x minus 8 sind gleich 5x minus 20. Auf der linken Seite würde ich, bevor wir anfangen rumzuschieben, ein bisschen zusammenfassen. 3x minus 2x sind natürlich einfach nur x. Minus 12 minus 8 sind minus 20. Und das Ganze gibt dann 5x minus 20. Wenn wir jetzt die Terme von der rechten auf der linken Seite bringen, ist ja auch wieder völlig egal, in welche Richtung ihr geht, dann haben wir x minus 5x, ergeben entsprechend minus 4x. Und minus 20 plus 20 ist 0. Das bedeutet, es bleibt nur das hier übrig. Und wenn ihr durch minus 4 teilt, dann kriegt ihr als Lösung x gleich 0. Kurzer Vergleich mit unserer Definitionsmenge. Passt alles. Das bedeutet, das hier ist unsere Lösung. Kurzen Hinweis noch an dieser Stelle. Gleich am Ende dieses Videos im Abspann findet ihr eine Playlist mit weiteren Grundlagenthemen für die Abiturprüfung. Und wenn euch das Video gefallen hat, ein Like, ein Händes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn es euch nicht gefallen hat, naja, dann könnt ihr diesen Kanal trotzdem abonnieren. Und wenn es euch nachts vernt, dann kann es euch die Abitur 저� verha Himself nicht gefallen. Und wenn es euch nämlich nicht deter5000 hat, dann mit mir einfach les snüdisera bindet. Also, Mama Самара Online initially kommt daraufhin zufü mentality.